So, ja, dann sind wir wieder. 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 Dann kommt Watch Dogs, ach nee, dann kommt die erste Sesse und dann kommt Watch Dogs. Watch Dogs. Wo Watch Dogs wollen wir das schon längere Zeit. Gucken wir mal. Oh, okay. Ich bin mal hier in der Seite mit der Arbeit und die ist mit der Schuhe. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist ein Scheiß. Das ist gut. Und jeder, der sie nimmt, ist schuld. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, sie tut ihm keine Ziele. Kromm. So, jetzt sagt er euch das. Da oben. Das hat scheiße auftreten. So. Ja, auch andersrum sieht das scheiße auftreten. Nee, 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 nee. Doch, weil das da so überlappt. Nein, das wird jetzt neu, im neuen Update ist es jetzt ein bisschen mehr. So, ich geh jetzt erstmal schlafen. Was die Idee ist. Ja, für irgendeine Idee zu spielen. Glückfeilig ist es jetzt. So, krank. So, ich schlafen. Ja, ich auch. Ich will nicht bei der Gäber spielen. Die Sprecher meine ich ja. Man braucht einen T-T-Schooter. Nein, die T-Schooter ist kein T-Schooter. Vielen Dank. Ich bin einfach mal nicht besser. Halte jetzt mal einfach dein scheiße ficktes Maul, Junge. Das ist schon klar. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Im unteren Teil des Holzs. Nur weil du so denkst. Du hast mir so ein Scheißer ausgenommen, dass er doch drin hängt im Fenster. Ich weiß auch nicht, aber... Deine Mutter, Helga. Ja, auch sie singen. Ja, wir schaffen es nicht mehr. Was? Stimmt? Das sieht schwer. So wie Maximilian Wetter. Ne, hör mal auf, Junge. Er ist ein Gehle. Und sagt, er sieht schön aus. Aber er ist lustig. Ja, komm ab, ich denke, da. Und er sagt, er ist ein Gehle. Wie muss ich sein? Und ich weiß nicht, wenn ich ein Zündchen sie tröte, oder? So hab ich los bei der Jahre, oder? Ich weiß nicht. Was ist hier die Frage? Die berechtigte Frage. Das ist ja eine Frage. Das heißt jetzt, wir nehmen das Finger dazu. Doch, blöd. Dann sag ich euch nicht. Jetzt würde ich diese Pfeilerin an die Ecke setzen. Dann würde ich doch nochmal Pfeilerin setzen. Wenn ich jetzt gleich eine Fische mehr wird, wenn ich spiele, wenn ich die Spiele... Ja, das ist nicht nur... ...eine Gute. Nur so schlecht wird man, ja. Ja, doch, stimmt. Wie soll ich, was ist denn so, wie soll ich? Ja, ja. Ich spiele... Wenn ihr mit dem Geld läuft, wenn ihr geblieben könnt, kann die mit dem Geld noch sein. Ich wäre ja immer in den Arsch. Ich spende Geld für... Nee. Ich bin selber angekommen. Mach das lieber nicht. Das tut mir wunderbar. Keine kleine Schereliber in den Füterkindlausten. Die die dann dauerhaft in der Bausten. Danke. Also, was hat der eigentlich für ein abgefucktes fucking Problem, Alter? Das... So, da haben wir jetzt hier draußen ja schon mal ganz gut umgebaut. Du krank, Alter. Neonazis-Youtube, sorry. Äh, das ist schon mal. Wollen wir das so machen? Ja, ist schon nöbeschalten. Du? Ja, warum das nicht? Das sieht scheiße aus, auch du machst du fliegen oder so. Ja, na, das wollte ich ja machen. Ein kleiner Genesen. Für links. So, okay, okay. Also, da kommt dann die Mörder drauf und dann. Da würde ich aber... Da würde ich aber nochmal zurück. Ähm, hier... Da haben wir nochmal zurück. So, ja. 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 Ne, lassen wir mal weiter. Da ist jetzt so ein bisschen... Ich höre schon eingeblendet. Was für eine eingeblendete Nummer, ja? Ja, so. Hier. Ja, genau das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. 0, 3, 5, 1, 4, 1, 3, 3, 2, 2, 9. Und jetzt haben sie die Chance, einen Tag ehrlich anzusehen. Ah, okay. Ruf keine Ahnung. Spenden Sie eine Spende an den Spenden. Vor allem Spenden haben. Spende für die Spende. Wir haben ihn auch lange geschützt. Und jetzt eine Spende... Ach komm, halt auf die Fresse. Also wenn... Wenn sich irgendwelche Leute bei uns beschweren, dass wir ihnen Dauerangrufe machen würden. Wir waren nicht. Wenn... Wenn sie so etwas an uns nehmen. Oder... Dann haben sie einfach... Dann sagen sie einfach... Ja. Ja. Wo ist dein Name? Und jetzt... Senden sie einfach das Passwort an diese Nummer. Welches Passwort ist... Das Passwort ist... Warten sie? Warten sie? Nein. Kartoffeln. Scheiße. Genau. Nein. Hätte ich nicht auch mal irgendwie durchgelungen. Du machst immer alles kaputt. Ist ja schon wieder an. So, also die Aufnahme ist jetzt etwas gestört. Da. Da. Ja. Dann habe ich mich mich auch mit Michael angerufen. Von einer. Ach. Ja. Gucken gerade jemand... Das ist ja dieser komische Typ. Sie sind jetzt schon so ein bisschen im Stream. Im Stream. Ich hab aber auch so streamen. So, okay, also so, 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 so. Halt da jetzt dein scheiß Maul, Junge, ey. Ich hab die Kamera mit dem ich schon so umziehen. Ach, danke. Am besten wir bauen uns nächste mal eine Facecam-Face. Halt. So, Maul. Also, ich weiß nicht, ich wollen mich hier oben auf dem Dach aufbauen. Ja, mir ist langerisch. Machen wir auch mal. Also, wie gesagt, ich würde es heute. Ich würde es heute sehen. Sie zeigt auch gerne. So. Aber oben sieht scheiße aus, ja, okay. Ja, deswegen würde ich jetzt gerne noch ein Dach drauf bauen. Ah ja, doch. Wir könnten ja jetzt haben. Wasser ist natürlich eine tolle Idee wäre. Nee, wir können ja, aber wir müssen ja... Wenn du von oben... Ja, von unten auf Wasser guckst. Nicht auf den Himmel oder auf Wasser? Das ist ja irgendwie Wasser drin. Was? Ich bin ja... So gut. Ich werde doch mal ein bisschen... Ich wollte schon mal ganz kurz wiederholen. Darf mal, was? Warum nicht? Das tut ja dann los, oder? Guck. Nein, ich wollte ja hier gar nicht bauen. Ich soll schon mal kurz. Nein, ich wollte ja hier nicht bauen, oder? Außer, wie wir jetzt sagen, ich... ...und... 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 Irrig, du weißt schon, dass ich sollte sich das erst 3 Tage spielen. Ja, also, wir kaufen die ja 3 Tage spielen, dann ernst zu tun. Es geht dann da eigentlich ab, die Ziege machte Grün nachförtlich ein. Ja. Du... Ist es geht einfach gut! Ne... Is gut, genau! Is kein Game Mode. Boom bang 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 bang. Reicht es, reicht es... ...gebailed! Sieht auch sehr geil aus, die Seiss macht, wenn da neben steht, Und die Ärzte, hast du noch raus? Oh, da ist der von der ganze Kuppe hochgebracht. Ne, da hast du noch Kuppe. Ach! Oh mein, komm! Komm, heilig die Fresse! Du hast die Ruhe schütteln. Er kann sich sein Leben freuen, oder? Ah, zeig mir mehr. Ich hab immer so gut gemacht. Ist das okay? Ja. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Nein, das ist so gut. Ja, das ist so gut. Wenn du da jemanden öffnen darfst, das ist so gut. Ja, 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 das ist so gut. Halt jetzt dein verficktes Maul! Warum? Du kriegst Träsch, Digga. Nein. Nein. Es ist so gut. Ich weiß nicht, wie ich auch noch die Dünne kann, da man... So ist das so gut. Ich weiß nicht, wie auch noch die Dünne kann. Möschchen. 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 Ja, mach doch. Alter, aber ja. Nee. Geht mit dem falsch. Möschchen. Nein. Nein, wir haben ja eigentlich gar nicht gegen Mittelschule. Ja, aber? Aber wir haben ja nicht. Möschchen. 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 Ja, ja, ja. Wieso? Ja, Alter, das muss ein Wasser. Wenn du keinen Stein machst, beziehungsweise erbe. Du kannst nicht mehr. Ich komm. Mach doch. Möschchen. Ja, du das Finger hoch. Und dann aufheben. Nein, nicht annehmen! Wann kannst du die nicht nehmen? Ich hätte annehmen können, langsam, putzern, oder? Hätte auch machen können. Also, dass du ververs bist. Das passt da? Schlimm. Von... Nein, den Namen weiß ich nicht. Ach, da wird sich spüren und den Jungen jetzt Pflege nennen. Okay. Nein, nach deinem. Ich hab mir nicht mehr Geld gesagt. Von... Ich kann euch jetzt gerne die Nummer anrufen, dafür ich dort gehören. Die Nummer anrufen, damit ich dort gehören kann? Okay. Ich kann mich nicht immer anrufen. Nee, das war lieber. Ich will dich einfach vor, ich will auch nicht. Das stoppen die das Video. Die spielen das nächste Mal ab. Bis ich den mal angucken, dann merken sie, dass ich den ablachte. 05... 05... 05... 05... Ich hab's nicht gemacht. Ja, also okay. Sorry, dass wir kurz wegmachen. 2... Nein, das war ja kurz weg. 2... 2... 05... 05... 05... 05... 05... 05... 05... 05... Ja, Mann, Bernd, das Brot ist gut. 05... 05... 05... 05... 05... 05... 05... 05... Alter, der schläft ja wirklich ein beim Laufen. 05... 05... Das musst du das machen. Ja, Mann, Alter. Ich glaub' mir, wenn man ihn um elf Uhr ein kauft, da fühl ich gerade... Das ist ja lebensmöglich. Das ist nicht schon elf, das ist halt 12... Ist doch gleich. 05... Nein, 7. Nein, ich bin später. Ja, nein, Scheiß noch Dom, also... Echt? 05... Scheiße, warum machst du mich das denn eigentlich auf den Korbbrocken? Ist doch toll auch, wir sind auf 8 Minuten geworden. Was? Ist ja peinlich. Okay. Warte, warte, warte. Okay, also dann verabschieden wir uns. Bis dann, tschau.